ok leute so mal starten so am beginnen habt ihr bock ich muss doch noch schreiben ich muss den laptop näher an machen sich gerade sagt ok und oben ist ja so ein ton die können zwar ausmachen aber ihr wird ein klingel wird dann benachrichtet ich mal lange zeit habe zum zeichen überschreiben ja natürlich so stark kann doch kein druck einstellen das muss jetzt eingeben da fand ich zu schwer sein zum zeichnen also deswegen ist alles egal so wurscht es muss ich habe jetzt einfach mal ein weg was blödsinn eingeschrieben schlicht fahrt nach oben gar nicht ach du scheiße alter nein jeder verschieden einsatz von einem anderen siehst du oben den den kreis ich kann nichts zeichnen das kann kein mensch auch gerne bei mir ach gott nee das kannst du doch gar nicht erzählen hier sieht alles scheiße aus ich glaube das wird hier nicht unbedingt gut darin man muss ja was erkennen das ist nicht mal hinter mir geben dass du auch erkennst ich kann nicht malen alter ach nee das kannst du keine ahnung alter ich meine ich schätze kann man dann zurück machen überhaupt kann man irgendwie ach hier schritt zurück oder mal ich denn jetzt alles gut alles gut kann nichts zeichnen wir müssen aber jedes mal ohne person machen weil wenn wir jetzt richtigen namen nehmen das ist richtig schwer da durchzumachen das macht es ja egal man kann es mal was ist doch wurscht jetzt bist du dran diese szene zu beschreiben was ist das denn hier was ist das denn was ist das denn ähm ähm ich weiß gar nicht ob ich das richtig schreiben ach so der wird wahrscheinlich nach wörtern suchen und er muss jetzt nicht genau schreiben was da ist aber ich muss doch beschreiben was du da siehst ist ja egal also er weint da tut mir leid ja bei mir sag ich auch schon mal sorry dafür oh gott des willen ach du sch*** was was ach du schwer darfst denn jetzt um jott des willen ähm 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 ich dürfte mal auf wörter hinschreiben was er nein lass das weg lass das weg ja warte mal ich glaube ich hab's warte mal keine ahnung aldern also ich bin echt auf das ergebnis ich bin echt auf das ergebnis irgendwie so aussieht alter warte mal ich ich mach zu viel Farben Fini hilf mir he 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 Nein. Ruhig. Scheiße. Scheiße. Ich hab genau was die jeweilige Leute so beleid. Oh mein Gott. Ja, mach doch hier. Was ist denn jetzt hier? Mach doch hier rein. Ich kann das nicht zeichnen. Ich kann nicht mal einfache Sachen mehr. Aber ich muss dazu sagen, digitales Zeichnen ist deutlich schwieriger. Oh ja, Daniel. Mit der Maus. Ach, das ist ein Radierer. Ich trottel. Oh Gott. Man darf aber nichts aufs Bild schreiben oder so, oder? Nur zeichnen. So würde ich es verstehen, Robin. Okay. Ja, ja. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh Gott. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Warte mal. Aber noch schnell so, hier so. Das kennt doch kein Mensch. Also, schau mal. Viel Spaß bei meinem Bild. Äh, ja. Bei meinem Bild. Und die Texte haben wir uns dann ausgedacht. Ich hab' keine Ahnung, was das ist. Tut mir leid, Leute. Was ist das? Dich schon wieder. Wer ist das? Wer ist das? Was? Wie soll ich den erkennen? Äh, das ist das Schwierige. Ach gut, das kann er dann nur... ... 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 Oh mein Gott, was? Leid. Ach Leute. Was ist das denn? Das ist nicht euer Ernst, ähm... ... Ich kann nicht mal meinen Kopf, äh... ... im Kreis malen, Alter. Warte, wie soll ich das zeichnen, Alter? Wer überlebt nix da so was, Alter? Na ja, ne. Also, ich hoffe, die Hundeliebhaber sind jetzt hier nicht erkränkt. Gott, wie soll ich das malen? Mann! Kann man denn hier überhaupt... Aha, das sind die Formen. Okay. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh mein Gott, ist das schlecht. ja ja wird dann gezeigt wer auch was gemalt hat ok besser kriege ich nicht hin besser kriege ich nicht hin so ok ich starte es also wahrscheinlich kommt erst mein satz es ist ja so es kommt erst mein satz und dann kommt jeweils was rausgekommen ist und dann halt dann kommt ja und so weiter ich starte mal so ich habe geschrieben joachim ist verliebt in eine ziege hat gemalt joshu liebt hunde der echte ja ok mensch liebt so jetzt bin ich gespannt jetzt wird es ganz traurig was du geschrieben robben mag barbie robben mag barbie what the fuck robben mag barbie what the fuck robben mag barbie what the fuck robben der echte was puppenkino ausburger puppenkiste what the fuck ja was ich schau mal was ich gemalt habe schau mal also für mich sah das nicht aus wie eine puppenkiste alter von 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 robben mag barbie in ghost in the box joshu ist der schönste ich habe gemalt hier guck joshu ist der schönste wo du robben mag barbie was so 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 robben schreibt was jetzt genau jetzt ist robben was was mit name ist nicht erkannt mit media book oder so ist der schönste singt gut ok 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 robin sind weekend game und malt ja schon mal mein bild pass auf kurzschaut seine gotzilla figur ja ja ich bin roten bad was willst du kurd versus gotzilla ja was ich geschrieben habe strichmann lacht über bowser kurz geht shoppen was ist das schon mal sich geschrieben hat was mal auf ich kann nicht mehr es ist ein nettes game schönes browser-game vor allem kurd du darfst ja nicht dabei vergessen wir sind dabei nüchtern geblieben ja ja wie ist denn das erste mal dabei getrunken hat ja 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 das ist so schein Oh, man.